Diese Sportschau präsentierte Ihnen die Sparkassenfinanzgruppe Bayern, Partner des bayerischen Fernsehens. Hochzeit in Villariba und Villabajo. Beide Dörfer feiern mit einem Festmahl. Am Spieß, die Braten, mhm, dann der Abwasch, angebranntes Fett. Villabajo nimmt ein herkömmliches Spülmittel, Villariba nimmt Ferry Ultra Plus. Auf geht's! Herkömmliche Spülmittel lösen Fett langsam, konzentratisch und schneller. Doch am schnellsten löst Ferry Ultra Plus das Fett und entfernt es so leicht. Wundervoll! Und während Villabajo noch schrubbt, wird in Villariba schon gefeiert. Ferry Ultra Plus, das Wunder der Wunder gegen Fett. Nach dem Abwasch zeigt sich, ob Ferry auch sanft zur Haut ist. In Villariba sind die Hände ganz glatt, unwiderstehlich, dank Ferry Ultra Plus. Keines ist milder. Herzlichen Glückwunsch! Also, ich dachte mir, dieses Jahr schenke ich dir ein ganz besonderes... Ja? Essen! Schönes Auto, ne? Ja, weißt du, ich... Er ruft an. Er ruft nicht an. Er ruft an. Er ruft nicht an. Er ruft an. Er ruft nicht an. Der neue Skoll zeigt, wer dich erreichen will. Er ruft an. Und wen du zurückrufen kannst. Skoll von Telekom Mobilfunk. Inhofer, die größte Einrichtungsschau der Welt. Ein Einkaufsbummel bei Inhofer ist ein echtes Erlebnis. Hier finden Sie einfach alles zum Wohnen und Einrichten. Selbstverständlich mit individueller Beratung und Planung. Inhofer liefert ihre Möbel in ganz Deutschland aus. Und in den Inhofer-Märkten Sparkauf und Mega-In gibt es die tollsten Wohnideen sofort zum Mitnehmen. Die größte Einrichtungsschau der Welt finden Sie nur in Senden, Autobahn, Ulm, Kempchen. Weiß. Ich will ein Weiß, das schnell deckt. Ein Weiß, das ich nicht rieche. Alpina-Weiß. Das perfekte Weiß. Lösemittel frei. Alpina-Weiß. Riecht nicht. Deck perfekt. Europas meistgekaufte Innenfarbe. Glaubst du eigentlich, der Spülmittel die Hände angreifen? Nö, die sind doch alle recht mild. Würdest du dann unser Baby darin baden? Nie. Auch nicht den Pril-Balsam? Pril-Balsam ist anders, cremiger, ganz sanft zu empfindlicher Haut. Es hat eine ganz besonders ausgewogene Rezeptur. Obwohl es den Schmutz gut löst, schont es die Haut. Toll. Und deine Hände sind ganz zart. Würdest du vielleicht jetzt unser Baby... Nein, aber gut zu wissen, dass ich es könnte. Pril-Balsam. Dann willst du viel spülen mit Pril. Inhofer ist in. Die größte Einrichtungsschau der Welt. Aus München, Stuttgart, vom Bodensee, ja, von Stadt und Land fährt man zu Inhofer zum Einkaufen. Inhofer ist näher als sie denken. In circa einer Autostunde sind sie da. Inhofer Autobahn, Ulm, Kempten. Inhofer Ausfahrt, Semden. Eine völlig neue Autogeneration. Der neue Maxima QX. Sein Komfort. Seine beruhigende Sicherheit. Seine neue V6-Motoren-Technologie. Der neue Maxima QX. Die neue Art zu reisen. Er kann. Sie kann. Nissan. Persil-Mega-Perls. Perlen statt Pulver. Heute bei Ottilie Krug in Berlin. Typisch, mein Mann. Im Film oder privat immer in Action. Nur, dass er zu Hause öfter ein Waschkrimi hinlegt. Ja, ja. Deshalb habe ich Persil-Mega-Perls probiert. Persil-Mega-Perls wäscht mit viel Kraft mehr als Flecken raus. Bringt perfekte Reinheit. Total sauber. Der Fall ist gelöst. Happy End. Persil-Mega-Perls. Perlen für perfekte Reinheit. Also, ich bin ein bisschen auf der Suche, würde ich sagen. Ich weiß, was ich will. Ich muss mich erstmal orientieren. Genau so hat es mir immer vorgestellt, meine Traumfrau. Aber so das Richtige war nie dabei. Ich muss sie finden. Ich denke, da habe ich nichts Böses. Und da... Da kam mich doch irgendwie so ein Mädchen an. Ich habe Julia gesehen und das hat mich umgehauen. Und jetzt kam so was. Verbotene Liebe. Montags bis Freitags um 17.55 Uhr im Ersten. Verbotene Liebe. Montags bis Freitags. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Ziehung der Lottozahlen bei uns im Ersten. Heute möchte ich Sie ausnahmsweise schon auf die Ausspielung in der kommenden Woche hinweisen. Da gibt es nämlich eine Sonderauslosung im deutschen Lotto- und Totoblock. Und das sind die Zusatzgewinne. Nämlich 11 Porsche Carrera und 111 Golf Cabrios. Ihr Traumauto vielleicht? Teilnahmeberechtigt sind alle gültigen Spielscheine mit Beteiligung am Spiel 77, der 13. Veranstaltung des Lotto am Mittwoch, Lotto am Samstag, Toto, Rheinquintett und Lose der Glücksspirale. Außerdem werden noch Geldgewinne von insgesamt 4 Millionen Mark verlost. Und das alles ohne Mehreinsatz. Also nutzen Sie Ihre Zusatzchance und ich drücke Ihnen die Daumen. Aber auch heute hat sich das Mitspielen gelohnt, denn bei der 12. Veranstaltung des Lotto am Samstag geht es insgesamt um eine Summe von rund 64 Millionen Mark. Start frei für die Ziehung 6 aus 49. Start frei für die Ziehung 6 aus 49. von 34 von 35 von 35 von 35 28. 30. 30. 30. 30. 31. 31. 33. 33. 30. Zusatzzahl ist die 35. Ja, und wie immer an dieser Stelle kommen wir nun zur Ziehung der Superzahlen. Die Superzahl ist die 3. Und jetzt noch einmal die Glückszahlen 6 aus 49. 5. 10. 13. 28. 32. 43. Und die Zusatzzahl 35. Die Superzahl ist heute die 3. Und nun die Gewinnzahl der Lotterie Spiel 77. Sie lautet 5, 5, 6, 6, 5, 8, 4. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 6, 2, 1, 1, 8, 5. Diese Angabe ist ohne Gewehr. Und zum Schluss die Gewinnzahlen der Glücksspirale. Sie wurden unter behördliche Aufsicht gezogen. Die Gewinnzahlen der Wochenziehung. 5, 50. 5, 50. 6, 9, 1. Und 2, 500. Mark empfehlen auf die Losnummer. 3, 5, 6, 4, 8, 3, 6. Die Jokerzahl lautet 7. Und die Gewinnzahlen der Prämienziehung. Jeweils 10.000 Mark monatlich als Sofortrente empfehlen auf diese beiden Losnummern. 6, 8, 8, 1, 1, 4, 1. Und 5, 7, 3, 5, 6, 8, 0. Diese Angaben sind ohne Gewehr. Ja, und allen Gewinnern recht herzlichen Glückwunsch. Ihnen einen schönen Sonntag und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.